Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur 1 Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel holst ihr jetzt auf freenet-digital.de. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 3. Dezember. Querdenker, Zündeln in Biebricher Schnelltestcenter, Besuchsverbot in Wiesbadener Kliniken und erneut kein Böllerverkauf zu Silvester. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Schock am frühen Donnerstagmorgen in der Biebricher Apple Allee. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in das Testcenter auf dem Parkplatz des Möbelhauses XXX Lutz gewaltsam eingebrochen und haben dort gezündelt. Im Innenraum wurde augenscheinlich ein kleines Feuer entfacht, was jedoch schnell wieder erlosch, meldet die Polizei. Doch durch die Rauchentwicklung ist ein erheblicher Schaden entstanden, der sich auf ca. 30.000 Euro beläuft. Der Container sei komplett verrußt, sagte der Leiter der Teststelle, David Liebler. Zudem hätten die Einbrecher DIN A4 Blätter in Klarsichtfolien hinterlassen, auf denen, Zitat, krude Sprüche stehen, die man aus Querdenkerkreisen kennt, die die Krankheit Covid leugnen. Laut Polizeiangaben werden auf den Schriftstücken die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert. In der Teststelle ist der Betrieb am Freitag nicht möglich, sondern erst wieder am Samstag. In den Wiesbadener Akut- und Reha-Kliniken gilt ab diesem Freitag, 3. Dezember, wieder das Besuchsverbot für sechs Wochen. Dieser Schritt sei angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Absprache der Kliniken mit dem Gesundheitsdezernat und Amt erforderlich gewesen, teilt die Stadt mit, um Patienten und Personal vor zusätzlichen Risiken aufgrund eines Vireneintrags durch Besucher zu schützen. Die Entscheidung sei im Rahmen der AG-Kliniken getroffen worden. Die Immermittwochstage, sagt Heliosprecherin Anja Dörner auf Anfrage. Die Initiative ging von den Krankenhäusern aus. Alle Kliniken waren sich einig, gemeinsam vorzugehen. Dabei werde koordinierend vom Hausrecht der einzelnen Kliniken Gebrauch gemacht. Aktuell bereiten sich die Kliniken darauf vor, weitere Kapazitäten für Covid-Patienten auszubauen. Hermann Zemlin muss seinen Chefsessel bei SW Verkehr räumen. Das hat der Aufsichtsrat des städtischen Unternehmens in einer Sondersitzung entschieden. Nach Informationen des Wiesbadener Kurier wird die Zusammenarbeit bereits Ende Dezember beendet. Bei dem geheimen Termin des Aufsichtsrats, der paritätisch mit SW Mitarbeitern und Vertretern der Rathausfraktionen besetzt ist, soll die Arbeitnehmerseite zunächst auf einen späteren Abschied gedrängt haben ohne Erfolg. Der 80-jährige Zemlin und sein Co-Geschäftsführer Jörg Gerhard waren zuletzt in die Kritik geraten, weil es innerhalb der Verkehrsgesellschaft verschiedene Konflikte gibt, unter anderem sollen Betriebsratsmitglieder durch hohe Gehälter begünstigt worden sein. Außerdem laufen verschiedene Projekte wie die Umrüstung auf E-Mobilität nicht rund. Für den hessischen Rechnungshof ist die Sache klar. Er hat seinen Kommunalbericht vorgelegt und sieht, mit Blick auf die Landeshauptstadt, erhebliches Einsparpotenzial, und zwar bei der Kinderbetreuung. Im Wiesbadener Kindergärten werden 20 Kinder pro Gruppe betreut. Der gesetzliche Standard liege aber bei 25 Kindern pro Gruppe. Würde dieser Standard eingehalten, könnten zweitausend 500 Kinder mehr betreut werden, und zwar ohne zusätzliches Personal und Räume, findet der Rechnungshof. Eine pauschale Gruppengröße von 25 Kindern im Elementarbereich und 12 im Krippenbereich ist weder vorgegeben noch realistisch, sondern einzelfallabhängig, sagt dazu Sozialdezernent Christoph Maniura. Wie viele Kinder gemeinsam in einer Gruppe betreut werden, hänge von der räumlichen und sachlichen Ausstattung der Einrichtung ab. Die Stadt will Eichhörnchen besser schützen und prüft dafür die Installation von Eichhörnchenbrücken über viel befahrenen Straßen. SPD und Die Linke brachten jetzt einen entsprechenden Antrag im Umweltausschuss ein. In Trier seien bereits drei umgesetzt und würden gut von den Tieren angenommen, berichtete Nina Schild, Linke. Dabei handelt es sich nicht um ein festes Bauwerk, sondern um ein Seil, das über die Straße gespannt wird. Das wäre etwa in Medenbach vom Friedhof über die Landstraße in den Ort sinnvoll, schlug Schild vor. Immer wieder sehe sie dort nämlich überfahrene Tiere. Das Umweltamt prüft die Einrichtung bereits, wie Umweltamtsleiter Friedrich berichtete. Das Ganze sei gar nicht so einfach, die Tiere müssen mit Futter angelockt und angelernt werden, die Straße so zu überqueren. Er würde ungern seine Kollegen weitergehend damit beschäftigen, es geht nicht um die Kosten für das Seil, sondern um die Verwaltungskosten. Und das ist wichtig für ganz Deutschland, zwei Wochen nach der letzten Bund-Länder-Runde haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Bundesregierung weitere Verschärfungen und Vereinheitlichungen von Corona-Maßnahmen beschlossen. Vereinbart wurden auch strenge Kontrollen. Die meisten Maßnahmen betreffen Ungeimpfte. So gilt künftig 2G beim Einkaufen. Der Zutritt zu Geschäften wird also auf Geimpfte und Genesene beschränkt, unabhängig davon, wie hoch die Inzidenz ist. Ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte. Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen und zu Restaurants soll es ebenfalls nur noch für Geimpfte und Genesene geben. Ebenfalls inzidenzunabhängig. Ausnahmen etwa für Kinder sind möglich. Flächendeckende Geisterspiele beim Sport sind nicht geplant, aber deutlich weniger Zuschauer. Auslastung von Stadien maximal 50 Prozent, höchstens 15.000 Zuschauer. Und es gibt erneut ein Böllerverbot zum Jahreswechsel. Feuerwerk und Böller dürfen vor Silvester nicht verkauft werden. Kommunen sollen auf publikumsträchtigen Plätzen Böller und Feuerwerk verbieten. Außerdem soll es Versammlungsverbote geben. Wann die anderen Maßnahmen genau umgesetzt werden, ist Sache der Länder. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Wiesbaden. Unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Hört euch aber auch gerne mal unseren Podcast Reingehört der Wiesbadener Volontäre an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de Ein Angebot der VRM